Ich mache jetzt meine Handschrift zu einer echten Schriftart für den PC. Das ist irgendwie so eine kostenlose Webseite, wo man einfach nur das hier einmal ausdrucken muss. Drucken. Oh, anmachen wäre vielleicht ganz gut. Oh mein Gott, Papier auch. So. Und jetzt kommt das Geile. Ich nehme mir einen schwarzen Stift und male jedes Zeichen so hin, wie ich halt will. Genau, jetzt noch alle Buchstaben. Jetzt noch alle kleinen. Jetzt noch die Umlaute. Tada! Fertig. Nachdem ihr es mit dem Handy eingescannt habt, lädt man das hier hoch. Okay, hochladen. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay, okay, es lädt. Da ist es. Oh mein Gott, echt da hin? Dann downloadet man die und klickt einfach drauf. Installieren. Die kann man jetzt einfach bei Word auswählen.